700 abos es hat lange gedauert diesmal aber wir haben es nun endlich geschafft dafür möchte ich mich jetzt schon mal bedanken vielen dank an alle abonnenten vielen dank an alle die regelmäßig meine videos schauen und genau deshalb weil es nun endlich mal wieder ein erfolg war möchte ich auch diese 700 abo special machen und ich denke wir haben auch etwas relativ krasses was ihr hier gerade auch seht und zwar ein pvp server projekt immer im stream ist wenn wir das spielen dann ist der server online und es geht einfach um pvp genaueres erklären wir noch und wir haben einfach versucht etwas schönes zu bauen etwas was allen spaß macht und ich hoffe dass es auch gut funktioniert und nicht so viel lag und daher vielen vielen dank an alle die abonniert haben und ich würde sagen der server wird planmäßig am 31 märz released und ich hoffe ihr seid dann im start kommt und gehen auf den server ip ist dann im chat und wir sehen uns bis dann und schau leute um und ihr 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 ihr